Aufstehen, die Stämme zu erheben und Nein sagen, ist notwendig und unverzichtbar, gerade in Zeiten, in denen rassistische, nationalistische und antidemokratische Tendenzen in Europa zunehmen und auch auf wachsende Akzeptanz stoßen. Das Verächtlichmachen des Gegenübers und Respektlosigkeit scheint immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit im politischen Alltag zu werden. Und besonders in den sozialen Medien fällt diese Entwicklung ganz unangenehm auf. Unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie muss stets auf Neue verteidigt werden und sich weiterentwickeln können. Angriffe auf unsere Freiheit und Werte sind klar zu benennen. Täglich kommt es zu Situationen, wo Zivilcourage gefragt ist und wir entscheiden müssen, wegschauen oder handeln. Entscheiden wir uns für das Handeln, setzen wir uns für Menschenwürde ein und zeigen wir mutig unsere Entschlossenheit. Gerade jetzt.